Hey, ich bin's wieder, Julia. Heute öffnet sich das fünfte Türchen von unserem Adventskalender. Und genau, denkt wieder daran, es in die Kommentare zu schreiben, wie viel ihr geschafft habt. Und genau, denjenigen, der am tiefsten teilnimmt, erwartet nämlich einen 50 Euro Gutschein von Sport Goslar. Und heute machen wir die Liegestürz. Mal schauen, wie viel wir schaffen. Genau, gehen wir runter und dann zählen wir schön laut mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich denke, da gehen noch fünf auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich denke, 15 ist ganz gut. Könnt gerne weitermachen und schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.